Also die Jungs wollen halt immer, dass es schön scheppert. Ne, ich muss aber untenrum noch irgendwie drücken, so was ist nicht so leicht, das alles aufzuräumen. Beams, eine coole Bühne, viel Videocontent, viel was passiert, dass es halt diesen Techno-Flare kriegt. Also ich würde sagen, die Electric Corboys haben da schon ganz gut was geplant, ja. Leute, ist das nicht scheißen heiß drin? Aber weißt du was geil ist, wenn sich so eine Show anfühlt wie eine fucking Clubshow, ne Leute, wir haben alles richtig gemacht. Mein Name ist Patrick Unger und ich bin der Lichtdesigner und Setdesigner für Electric Corboys. Dieses Jahr auch erstmalig in den großen Arenen, wo wir auch alles selber mitbringen dürfen. Ich bin nicht von Anfang an Lichtdesigner, ich kam irgendwann dazu, aber mittlerweile sind es über sechs Jahre, die wir zusammen gehören und zusammen durch Europa fahren. Ich sag mal, ich hab als Lichttechniker angefangen und mittlerweile kann ich dann auch vielleicht Lichtdesigner zu mir sagen, dass man einfach mit der Band gewachsen ist, an den Aufgaben gewachsen ist und mit der Band groß geworden ist. Also angefangen hat es mit vier Lampen in einem Bustrailer und mittlerweile stehen wir hier mit sechs Trucks, eine eigene LED-Wand, einen Medienserver und allem drum und dran. Da ist es zum einen natürlich, dieses Mitwachsen mit der Band hat mir da schon viele Fragen im Vorfeld beantwortet. Zum anderen haben wir uns jetzt ein Produktionsleiter-Team eingekauft von MB Media, die da natürlich auch gerade bei so Traversentrimmhöhlen und sowas mir da auch immer mal wieder auf die Finger geguckt haben und gesagt haben, Patrick, das geht so nicht. Da müssen wir ein bisschen anders gucken, weil für mich war der Raum immer unendlich. Aber auch in so einer Arena gibt es natürlich ein Ende irgendwann des Raums. Ja, tatsächlich viel Learning by Doing und die letzten, sag ich mal, i-Tüpfelchen, die haben jetzt unsere Produktionsleiter mir reingeschafft. Aber tatsächlich war das alles so ein Sprung ins kalte Wasser, der zum Glück geglückt ist. Die Arenen machen natürlich mega Bock, aber ich muss sagen, dass mir tatsächlich die Club-Shows mehr Bock machen meistens. Jetzt nicht so die kleinen Clubs, aber sag ich mal alles so bis drei, viertausend Leute. Das ist so mein Favorite tatsächlich, weil da kriegt man den Raum immer noch ganz gut gemanagt irgendwie so. Und man ist ein bisschen näher an der Band dran, aber es macht auch Bock. Also alleine so, dass man mit dem eigenen System fährt und so ist halt voll geil. Ich bin Dominik Sabolovic, man kennt mich aber eigentlich nur unter Bollo, das ist mein Spitzname quasi hier. Und ich mach FOH für Electric Cowboy. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen reingerutscht und war eigentlich nie so ein Riesen-Fan von Schrei-Metal quasi, sondern ich komm mehr so aus dem Rock, Classic Rock, das ist mehr so meine Mucke. Nee, ich geh da jetzt auch gar nicht anders ran irgendwie, weil das jetzt eine Techno-Metal-Band ist. Ich bin da so mit groß geworden irgendwie, hab immer Metal gemischt und da war jetzt nie irgendwie, dass ich mir da irgendjemanden krass als Vorbild genommen hab. Was ich immer hatte, war früher, wenn man auf Support-Touren war, irgendwie mal bei irgendjemanden zugehört hat, mal über die Schulter gucken konnte. Also weil ich immer sehr nach Gehör gemischt hab früher und mich nie so an die technische Seite gebunden hab. Ich find's auch immer cool, wenn Leute irgendwie, gerade auf so Support-Touren oder so, wenn man mal was fragen kann irgendwie und ganz normal mit dem quatschen kann. Nicht dieses hier, ne, auf keinen Fall gucken, was ich hier mach, das war jetzt nie so mein Ding. Der Wunsch der Band war, wie der Name schon sagt, des Albums und der Tour Techno. Ein Club-Design, ein EDM-Festival-Design zu kreieren, was trotzdem mit der Performance einer Band funktioniert. Da haben wir lange hin und her überlegt, hatten viele Design-Ideen und viele schräge Sachen und alles, was man sich vorstellen kann im Gespräch. Und am Ende haben wir uns dann nochmal aufs Wesentliche konzentriert und überlegt, was wollen wir eigentlich? Wir wollen eine coole Bühne, die aufgeht mit viel Videocontent, viel Beams, viel was passiert, dass es halt diesen Techno-Flare kriegt. Im Grunde genommen ist dieses Stufen-Design genau aus diesem Grund entstanden, das haben wir sowohl am Boden als auch in der Decke umgesetzt. Dass es sozusagen drei Ebenen gibt, die ganz unterste Bühne-Ebene, dann noch eine zweite Ebene und eine dritte Ebene, was auch sehr gut für die Band funktioniert. Weil die Jungs sind einfach dynamisch, die rennen über die Bühne, so haben wir viel Platz, wo die Jungs auch viel ausprobieren können, ob jetzt alle sechs unten stehen oder ob die in verschiedenen Ebenen stehen, macht halt viel aus bei dem Setup. Wir haben ja die große Herausforderung, dass wir in solchen Arenen spielen, wo wir natürlich Deckenlicht, PA alles mitbringen, aber auch gleichzeitig durch Europa reisen und in kleinen bis mittelgroßen oder großen Clubs spielen. Da war auch ein langer Denkzyklus erforderlich, um da hinzukommen, weil wir haben erst überlegt, designen wir jetzt auf einen Club, weil das sind deutlich mehr Shows. Designen wir auf die Arena und haben uns erstmal komplett ins Arena-Design gestürzt, haben das so fertig gemacht und haben dann überlegt, welche Elemente davon können wir in Clubs umsetzen. Das ist natürlich so ein dreistufiges Design, ist natürlich nicht tragbar für einen Club, so viel Bühnenplatz haben wir meistens gar nicht. Deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, das Floorset eigentlich genau so, wie es hier steht, bis auf dass es halt nicht ganz so viele Lampen sind in den Clubs mitzunehmen und eine der Stufen, die jetzt tatsächlich auch so, wie sie hier stehen, genauso bei uns in Track wandern und mit uns in die Clubs fahren. Ja, das ist natürlich ein großer Aufwand für dieses Thema jeden Tag. Alle Lampen werden in beiden Systemen benutzt, also wenn wir im Club spielen, dann haben wir dieselben Lampen mit anderen Adressen dabei und wenn wir in der Arena spielen, dann muss es wieder umadressiert werden. Es ist doch immer ein bisschen aufwendiger und auch gerade frontlichttechnisch ist es in Clubs auch immer der Horror einfach. Aber mittlerweile haben wir uns da auch mit den, gerade in Sachen Frontlicht, mit den Gassenlampen, die wir auch im Club mit haben, so eingegroovt, dass wir eigentlich alles, was wir brauchen, selber dabei haben und das Hauslicht, ob das jetzt da ist oder nicht, nur ein Add-on ist. Und so fahren wir tatsächlich ganz gut. Ja, und lichttechnisch haben wir uns, habe ich mich tatsächlich für einen relativ, also in heutiger Zeit klassischen Mix entschieden. Zum einen aus den Megapointe, was, sag ich mal, Spot-Beam-technisch, wenn es nicht gerade um Frontlicht geht, eigentlich meine Lieblingslampe zurzeit ist. Da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber erzählen. Die funktioniert einfach in allen Arten, ob als Beam oder als Spot. Klar gibt es da ja kleine Abstriche, die man gegenüber anderen Lampen machen muss. Auch im Gobo kommt vielleicht nicht mehr ganz so viel raus, wie bei einer anderen Lampe. Aber es reicht völlig für uns, plus, dass wir halt diese hohe Flexibilität haben, ohne drei Lampentypen im Dach. Wir haben halt einen Typ, das ist der Megapointe, dann hängen da noch vier BMFL als Frontlicht-Unterstützung, weil dafür die Megapointe wir dann doch nicht zu weit aufmachen. Aber im Grunde genommen besteht das ganze Set aus den Megapointe und den JDC1, die für uns so das Strobo und für mich auch der Washer-Ersatz waren. Klar, wir nehmen die LED-Wände auch vielfarbig und haben dann auch schon einen guten Bühnen-Wash. Aber bevor man sich nur für ein klassisches weißes Strobo entscheidet, tun die Pixel und die Farbigkeit dann doch ganz gut. Der Megapointe und das JDC, das ist, sage ich mal, das Showlicht. Dann habe ich, wie erwähnt, noch vier BMFL in der Frontrast drin, die einfach so ein bisschen Grundhelligkeit auf die Bühne kriegen. Plus, womit ich sehr gut klarkommen und auch sehr zufrieden bin, das Robo Follow-Spot-System. Da haben wir zwei Lampen mit drin, die beide direkt eine Kamera dran haben. Die machen auch hauptsächlich unsere beiden Sänger. Und für mich funktioniert das hervorragend. Ich brauche mit keinen Follow-Fahrern ewig kommunizieren. Die kriegen dann ein Bild dran geklebt. Den Rest kann ich von hier steuern. Ich mache alles außer den Pantilt der Lampen von hier, dass ich damit einfach in allen Szenen immer genau das erzeugen kann, was ich will. Ich habe auch keinen langen Schuss durch die ganze Halle, wo dann irgendwie ein riesen Beam von dem Follow durch die ganze Halle geht. Sondern die hängen beide in der Frontrast, vom Winkel relativ steil, was aber trotzdem, da wir noch Floorlicht haben, ganz gut funktioniert. Das sind unsere Quantum Washer, die wir links und rechts in den Gassen immer stehen haben. Und auch nochmal zwei vorne auf dem Laufsteg, um genau den Winkel unserer Follows auszugleichen. Und als letzten Typ wollte ich Vorlight-Blinder im Set haben und dann gab es vorher mit TDA die technische Dienstleistung für uns übernehmen, gab es ein großes Hin und Her, weil mein Wunsch war es, nicht jeden Tag Brenner tauschen zu müssen. Und die LX1 und LX2 irgendwie jeden Tag dreimal runterfahren zu müssen. Und nach der Vorband gehen sowieso keine Brenner mehr. Sondern ich wollte halt irgendwas LED-mäßiges, dass wir halt, wenn die Lampen hängen, dass sie auch einfach so funktionieren, wie sie tun. Daher sind wir auf die Rocks-Blinder gegangen, auch da auch nur auf die Warm-Weiß-Variante. Also die Full-Color. Ich brauche keinen Blinder, der rot leuchten kann. Dafür habe ich genug JDCs im Dach. Also wir haben die auch im Club-Set, deswegen kann ich den Vergleich auch so anstellen. Da hängen auch manchmal konventionelle Blinder und die kommen dem Blinder-Look halt unglaublich nahe. Dazu kommt halt, dass sie unglaublich ausfallsicher sind und da kommt halt einfach ein Bums raus, der keine Abstriche machen muss durch fehlende Brenner, durch alte Brenner, sondern wir haben da immer genügend Helligkeit, um das ganze Publikum auszuleuchten. Angefangen habe ich mit der GRANDMA 1 und natürlich mit einem Light Commander. Aber irgendwann kam dann die GRANDMA 2 auch von der Firma damals, wo ich gelernt habe, einfach ins Spiel. Da bin ich drauf groß geworden. Mittlerweile habe ich da mein Workflow und komme damit einfach super klar. Ich habe mich tatsächlich auch schon mal so ein bisschen mit Kemsis ab und zu beschäftigt und bin da eigentlich auch relativ fit. Aber am Ende für mich ist das nur ein Werkzeug zu dem, also hier könnte jedes Pult stehen von mir aus. Ich habe halt einfach auf dem Pult meinen Workflow optimiert. Hier funktioniert für mich alles, hier komme ich klar, hier bin ich schnell. Und damit entscheidet es sich für mich plus, dass wir die halt in jedem Land, egal auch wenn wir in Australien spielen, kriegen wir dann eine GRANDMA zugemietet. Da brauche ich kein anderes Pult mehr. Mein Name ist Dennis Westensee. Ich bin hier der verantwortliche Pyrotechniker bei der Tour von den Electric Callboys bei der Arena Tour. Die fahren ja noch viele weitere kleine Clubtermine. Da dürfen wir leider keine Pyrotechnik schießen. Wir haben neben Pyro auch vier Stadium Shots dabei. Dann haben wir sechs Waveflamer auf der Bühnenvorderkante stehen und acht Pyro-Positionen. Die haben in Summe ungefähr 170 Effekte drauf für die gesamte Show dann aufgeteilt. Ich würde sagen für anderthalb Stunden Show ist das schon eine ganz ordentliche Packung. Also wir machen sonst auch viel die EDM Festivals. Da hat man natürlich wesentlich mehr auf so einer Scherenbühne. Aber das geht ja auch länger als anderthalb Stunden dann. Also ich würde sagen, die Electric Callboys haben da schon ganz gut was geplant. Ich bekomme von der Produktion ein Timecode-Signal und habe hier drei Sender stehen. Das ist einmal der Main-Sender, der im Prinzip die Arbeit übernehmen soll. Wenn der jetzt ausfallen sollte, habe ich noch ein Backup-Gerät hier stehen. Und wenn das noch ausfällt, habe ich hier noch ein Step-by-Step-Gerät stehen, mit dem ich manuell jeden einzelnen Pyro-Q und Flamm-Q dann betätigen kann. Es ist bisher noch nicht passiert, aber haben ist besser als brauchen. Dann habe ich hier noch eine Stromverteilung von den Electric Callboys steht hier noch die Kabuki-Steuerung und meine Timecode-Modents habe ich da noch stehen. Das ist so im Groben und Ganzen der Überblick, den ich dann hier stehen habe. Ich habe immer Blick auf die Bühne, habe Kontakt zur Band, sage der Band jeden Cue an, dass die sich aus dem Gefahrenbereich bewegen können. Und wenn sie das mal nicht tun sollten, was bisher nicht passiert ist, habe ich immer die Möglichkeit die Pyro oder die Flammen auszuschalten und somit halt die Band zu schützen. Ja. Das ist ja, wir wollen Retribution. Das ist ja, wir wollen Retribution! Oh, ja, wir wollen Retribution! Let's go light up the darkness! Make true of an empty promise! Flip cards into weak and harmless! Take to the streets and turn them to a mosh pit! Cause we want Retribution! Oh, yeah, wir wollen Retribution! Die Jungs sind schon sehr spezifisch tatsächlich, weil wir haben zwei Leute in der Band, der Daniel Harnes, der Gitarrist, ist halt auch der Produzent von denen und die produzieren halt alles selber. Plus Pascal ist auch Soundmann, also der kann auch alles, ist auch Videotechniker, die sind alle sehr technisch versiert so. Das Coole ist so, weil ich schon so lange mit den Jungs unterwegs bin, ich integriere mich halt komplett in die Soundfindung mit ein. Wir profilen zusammen Gitarren-Amps etc., weil ich immer ein Fan davon bin, einfach das Problem direkt vorm Mikrofon zu lösen, anstatt nachher hier mit zigtausend Plugins irgendwie rumzuarbeiten. Und das macht halt auch Bock dann, sich da so zu integrieren, dass man halt vernünftige Signale bekommt und vernünftig drüber spricht vor allem halt. Von den Jungs ist auch keiner so, dass er sagt so, ich will aber den und den Gitarren-Sound haben, sondern es ist immer in Absprache, selbst Becken-Auswahl und so ist alles in Absprache, immer untereinander so, was ist cool, was passt so. Also es ist ein bisschen, es ist nicht so easy die Jungs zu mischen, weil es halt sehr viel Sample, sehr Sample-lastig ist halt wegen den ganzen Techno-Beats etc. Und dann so die Gitarren dazwischen noch irgendwo zu wursteln, ist alles nicht so easy, ne. Aber ja, also die Jungs wollen halt immer, dass es schön scheppert so, ne, das ist immer so, dass wenn die Jungs mal hier nach vorne kommen und sagen so, ne, da muss man untenrum noch irgendwie drücken, so, das ist nicht so leicht, das alles aufzuräumen so untenrum. Aber ja, das ist immer so die Gratwanderung, sag ich mal, ne, dass man versucht, alles irgendwie, dass es alles untenrum schiebt, aber trotzdem irgendwie einigermaßen aufgeräumt trotzdem noch irgendwie klingt so. Ich habe in einer kleinen Firma gelernt, in einem kleinen mittelständischen Unternehmen und meine ersten PA-Berührungspunkte waren alle L-Akustik. D&B ist für mich erst Thema geworden, als ich zur TDA gekommen bin quasi. Der Mix ist ja doch teilweise auch sehr Sample-lastig und der Produktion ist es sehr wichtig gewesen. Dass es halt grundsätzlich eine vernünftige Bassverteilung gibt. Oftmals ist es gerade in größeren Hallen, auch in den Rängen doch eher schwierig, da genügend Informationen im Lowend-Bereich hinzubekommen. Deswegen haben wir SL-SUPs geflogen, die auch rausgedreht sind, um halt auch in den Rängen einen vernünftigen Impact und Lowend zu erreichen. Wir haben am Boden dazu noch einen Super-Ray aus SL-SUPs. Mit 20 Stück, das sind 10 Zweier-Stapel als Zahnlücke, um halt auch im Innenbereich und am Boden halt auch nochmal eine sehr gleichmäßige und homogene Verteilung zu erreichen. Der Mainhang ist GSL, Side- und Delayhangs sind KSL und Y-Frontschutz. Wenn ich so Popkram mache oder so, stehe ich auch voll auf L-Akustik, aber ich finde gerade für so Metal-Mucke ist D&B einfach ein bisschen knackiger so. Und das war halt genau das System, was ich haben wollte. Ich bin Nils Labenz oder beziehungsweise Spitzname Labi. Ich mache Monitorton und kümmere mich im Prinzip um das restliche System hier. Also wir haben Mikrofone am Schlagzeug, ich glaube das meiste ist SE-Electronics. Dann geht es in die Stagebox, kommt rein bei uns in die LNTs D-Live. Die Gitarren kommen drüben beim YAN über den Quad-Cortex, auch über eine Stagebox, über ein Netzwerkkabel, auch ebenfalls da unten rein. Ich habe hier noch ein paar Ausspielwege für den Drum-Sub, beziehungsweise für die Integration des Intercom-Systems. Das System besteht aus zwei Herzen, also zum einen unsere D-Live hier unten. Und das zweite, wo ich den eigentlichen In-Ear-Mix mit mache, das ist die Klangfabrik, in dem Falle die Conductor von Klang. Der große Vorteil, ich kann einen 3D-In-Ear-Mix machen. Also ich kann jedes Instrument im Raum platzieren und kann sagen, okay die Gitarre soll jetzt hier sein oder sie soll hier sein oder da sein. Und man kriegt damit sehr schnell und sehr fein einen sauberen, transparenten, differenzierten In-Ear-Mix hin. Von den Features jetzt dieser Conductor, die hat 128 Input-Kanäle auf 16 Stereo-Mixe. Wir haben drei verschiedene optionale Slot-In-Karten hinten drin. Also wir haben Mardi drin, wir haben Dante drin und wir spielen direkt analog dann die Signale, also die fertigen Mixe, raus auf die In-Ear-Funkstrecken. Also hier sieht man jetzt zum Beispiel die Klangfabrik und den Mix aktuell hier gerade von Kevin. Ich benutze es auch so, wenn ich einen anderen Mix auswähle, also einen anderen Musiker, dann habe ich den auch automatisch auf dem In-Ear. Das Ganze, also ich schicke sozusagen über Dante den Mix, den ich hier gerade vorhöre, schicke ich mir zurück ins Pult, mische da noch unsere ganzen Talkback-Kanäle mit dazu. Dass ich die immer überall drüber habe, egal in welchen Kanal ich gerade reinhöre. Die Talkbacks zum Beispiel vom Bolo, vom FOH, habe ich immer auf dem Ohr. In der Klangfabrik selber, das ist, hat man im Prinzip hier die einzelnen Fader. Und hier in dieser Ansicht kann man dann halt die einzelnen Instrumente nehmen und per Drag-and-Drop verschieben. In der, das ist sozusagen, bildet das gerade die horizontale Ebene ab. Und wenn ich wechsle, kann ich hier jetzt zum Beispiel auch sehen, wie wir andere Mikrofone in der vertikalen positioniert haben. Das ist im Prinzip das, also die sind da so in ihrer eigenen Bubble und die Mixe sind komplett unterschiedlich. Also David hat einen schönen, relativ trockenen Schlagzeugmix mit ein bisschen Gitarre und das war es dann auch schon ungefähr. Eigentlich spielt er nur zum Playback. Ansonsten klassische Musikermixe mit eigenen Instrumenten, ein bisschen mehr im Vordergrund oder in der Präsenz, was sich über die Klangfabrik auch super lösen lässt. Ich fahre jetzt seit fünf, sechs Jahren, fünf Jahren glaube ich, mit D-Live. Ich war super happy damit. Ich habe mir damals selber irgendwann eine gekauft. Das war auch immer noch die, mit der ich fahre tatsächlich. Und habe dann irgendwann mal abgegradet mit Waves, dass ich noch Waves-Plugins integrieren kann. Ich habe noch zwei Distressor für die Vocals halt. Den Max-BCL nutze ich gerade gar nicht mehr, weil ich das im Ausland immer alles mit dem Racerack quasi nachbilde. Ja, aber das ist so das Setup. Wir sind tatsächlich damals dann irgendwann auf D-Live umgestiegen, weil wir unser Flugsetup relativ klein halten wollten. Haben dann die DM0 Stagebox damals geholt mit allen Karten. Das geht halt alles digital jetzt mittlerweile rein. Das ist halt super entspannt zum Fliegen alles so. Normalerweise, wenn wir dann im Ausland sind, nehme ich immer die kleine Konsole vom Lobby mit. Und er macht dann alles über den Surface quasi, weil es halt super easy ist im Flugzeug mitzunehmen. In so einem kleinen Scott Dixon Case kann man hinter sich herrollen. Das ist halt super. Ich habe hier links meine ganzen Inputs quasi. Also hier einmal komplett ein Layer voll Schlagzeug. Das passt halt ungefähr genau. Dann haben wir hier Bass-Gitarren. Wir haben jetzt noch eine Akustik-Gitarre für ein paar Songs auf der Tour dabei. Dann die Samples. Die haben wir uns ein bisschen aufgedröselt. Da sind kleinere Ad-Gitarren mal ab und zu dabei oder mal ein paar Gang-Shouts etc. und so. Dann haben wir vier Vocals. Nico, Kevin und die beiden Gitarristen machen ab und zu so ein paar Gang-Shouts etc. Genau. Dann haben wir jetzt noch einen Gast-Vocal auf der Tour dabei, weil wir ab und zu Gäste haben. Heute kommt zum Beispiel der Kalle vorbei. Genau. Dann habe ich hier nochmal die Akustik-Gitarre für den Akustik-Block quasi, weil wir aus dem Piano jetzt noch dabei haben. Und ganz neuen Saxophon tatsächlich für einen Song tatsächlich auch, weil der Daniel Hannes auch tatsächlich sehr gut Saxophon spielt. Das war es eigentlich an Inputs schon. Da habe ich noch ein paar Atmos, die sind nur für Recording. Wir haben hier mal ein paar Atmos stehen und halt in der Frontrasse welche, weil wir jetzt im Moment jede Show mitschneiden. Dann habe ich hier noch komplett unsere Talk-Back-Struktur quasi. Wir haben jetzt mit der ganzen Licht-Crew so ein neues Green-Go-System, damit die sich alle untereinander hören. Und dann halt Talk-Back von David oder vom Drum-Tag, vom Jan, unserem Gitar-Tag, vom Lobby. Ich habe noch ein Talk-Back. Das habe ich hier einfach alles nur, damit ich mir das hier über die Shout-Box irgendwie managen kann halt. Und dann hier rechts habe ich ein paar DCA-Gruppen halt. Drums, Bass, Gitarre, Samples, Vocals und die verschiedenen Hall-Sachen habe ich mir auch nochmal hier auf DCAs gepackt. Genau, dann hier die ganzen Hallräume quasi, also für Schlagzeugenraum. Eine Snare-Plate, Bomb ist so ein Breakdown, dass man mal irgendwie einen fetten Hall nochmal reinschieben kann. Genau, Vocal-Hall, Delay und dann habe ich noch einen extra Hallraum für das Piano und die Akustik-Gitarre für die Akustik-Nummer. Tatsächlich, was ich jetzt neu gemacht habe auf der Tour, ist nochmal Kick-Snare, mir einen extra Kanal für gemacht, tatsächlich nochmal als Parallel-Kompression. Und für Nico und Kevin auch nochmal, für die Vocals. Aber das ist so das Setup. Es sind insgesamt 43 Inputs oder 42 Inputs, glaube ich. Das ist alles managbar noch auf so einem kleinen Pult. Also, ich bin super zufrieden, wirklich. Also, die D-Life ist für mich, war damals halt, als ich mir sie selber sozusagen auch noch angeschafft habe, weil ich auch mit anderen Bands unterwegs war, so das günstigste, was man gerade kriegt für die Qualität, sage ich mal. Und ich bin super happy. Im Prinzip teilt sich das auf zwei Dinge auf. Wir haben einmal sozusagen in unserer Audio-Welt für die Band und Ton-Crew nutzen wir ganz normal Talkbacks, die über die D-Life reinkommen, die auch alle einzeln auf die Klangfabrik gehen, sodass ich die auch im Panorama verteilen kann und im Prinzip jedem Musiker den eigenen Mix machen kann. Zusätzlich haben wir ein GreenGo-System eingebunden. Für die Band haben wir vier Wireless-Beltpacks und zwei kabelgebundene Beltpacks. Eins hat Patrick hinten fürs Licht am FOH und eins haben wir sonst immer am System-Rack. Falls irgendwas mit dem Funk oder sonst was sein sollte oder die Wireless GreenGo-Systeme nicht funktionieren, dann hat man auf jeden Fall immer noch eine Möglichkeit, kabelgebunden zu kommunizieren. Und zusätzlich kann ich unsere Talkbacks über einen separaten Kanal und mit in die Partyline schicken, sodass zum Beispiel, wenn wir die Show starten, zählt Bollo ein und ich frage im Prinzip die einzelnen Positionen, die einzelnen Gewerke ab, ob alles in Ordnung ist und ob wir starten können. Ein Zusatz noch, was wir über das GreenGo-System auch integriert haben, ist, dass der Dennis, unser Pyroman, auch zu den Musikern sprechen kann und denen halt eine Gefahrenanweisung geben kann, Achtung Pyro und dann kommt irgendwie in den nächsten Sekunden ein Schuss, damit die zur Seite gehen können oder nach hinten gehen können oder aus dem Gefahrenbereich raus können. Und dafür nutzen wir so einen Announcement-Kanal, der geht halt auch über das GreenGo-System, über die D-Live dann rein in die Klangfabrik und kommt dann auch dadurch dann bei den Musikern an. Und der ist immer offen geschaltet. Also theoretisch könnte auch dann jemand anders, zum Beispiel Patrick vom FOH aus, wenn irgendwelche wichtigen Notfalldurchsagen, was auch immer, Abbruch, wie auch immer, können gewisse Personen dann einfach direkt zu den Musikern sprechen oder ansonsten läuft es halt über meinen Tisch und ich gebe der Band dann die Info weiter. Hammergeil! Wir werden das immer vergessen! Das ist ein sehr schönes Gefühl!